Sorry, dass das gerade zu stressig ist, aber ich bin ein bisschen spät dran. Die Idee, das Video zu drehen, war mega spontan. Da habe ich gedacht, es wäre ganz cool, euch da ein bisschen mitzunehmen. Deswegen habe ich aber kein richtiges Intro gemacht. Und zwar hatte Chiara gestern, also am 25. Juni Geburtstag und feiert jetzt heute einfach mit ein paar Freunden an einem See den Geburtstag nach. Wir treffen uns in 12, alle bei Chiara anfangen und von da los. Das wollte ich auch noch ganz kurz anmerken. Das Ganze war komplett Corona-konform. Wir waren sechs Leute und drei davon waren komplett geimpft. Also ist das auch gar kein Problem gewesen. Deswegen darf ich eigentlich nicht zu spät kommen, sondern müssen die da alle auf mich warten. Und ich fahre jetzt los, ich melde mich dann bei euch. Ich bin angekommen. Wie ich mit dem Handy wicke. Wir können das wirklich machen, aber halt eher auf. Dieser Zoom-Modus ist so geil. Der geht so weit, Alter. Wow, jetzt ist es so geil. Ich bin sehr wuschig. Ich ziehe gar nichts. Jetzt wird es besser. Ah! Oh mein Gott, Alter. Ich check gar nicht, ob es filmt. Woher sieht man das denn? Das sieht auf dem Rack. Ah, okay, dann filmst du gerade. Oh, oba la, au de la, ey. Oh, der Knäse. Oh, der Knäse. Oh, der Knäse. Oh, der Knäse. Ja. Oh, der Knäse. Yes, I'll take it back There is a party downtown Someone said that you are coming by lol So you are laughing I know that Summer was a big mistake I just hope that we are still okay You always pick me up and let me down Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020